hallo hallo leute willkommen bei cyber games genau und wir sind wieder bereit für super street fighter 4 genau heute trete ich dem sei in den arsch ja das sagt der bier ja jedes mal heute nehme ich mal den bösen ja und ich nehme den lehrmeister von ken and rio den master goken den alten wichser mal gucken was der alte knacker so drauf hat nix weil er alt ist wir haben sie extra aus dem altersheim hier hergekauft um seinen schößling mal genüsslich die schnauze zu polieren ich hab noch nie mit dem gekämpft das ist ja fett hier der goken halt muskulös aber ich dachte das wäre eigentlich so ein dünner alter knacker was hat denn das hier der macht der hadoku nach oben nur auch verdammt hat so magi war 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 was Oh, what the f**k! Daneben, verdammt! Ja, Ryu wurde böse und jetzt kommt der Meister zurück um seinen Schüler zu verprügeln. Yes! Stirb, Stiefvater! Das kleine Kind lacht noch sogar! Es lacht immer noch! Daneben! Dieser Dokens in der Luft, die sind echt cool! Mal gucken, was mein Super ist, ich weiß nicht, was mein Super ist. Die müssen ja Variationen reinbringen, ne? Oh mein Gott! Oh, was war das denn? Du, du, du... Schüler aus der Hölle! Du Schüler des Wartans! Wow, wow! Das kriegst du von mir! Der deftige Abreiter! Oh, lass mich in Ruhe! Nein, nicht, Vögelchen! Oh, yeah! Unter der Brücke geb ich's dir! Unser altes Zuhause! Das kleine Kind ist doch für dich! Du hast ihn bestochen! Wir kämpfen hier auf Leben und Tod! Vor einem Haufen von der Kinder! Oh, nee! Nee, ey! So, nimm dies! Oh, Mist! Hä? Hadouken! Oh mein Gott! Wow, das war knapp! Daneben! Schon wieder verpasst! Gibt's der gar nicht, ey! Der ist echt mein Fluch hier! Der will ich jeden Super versämmeln! Oh, klar! Du kannst meinen Tatumake Zeppokajaku abwehren, oder was? Nimm dies! Ich bin ja auch dein Master! Nimm mein Käse-Fuß-Master! Wow! Ich hau ab! Ha! Daneben! Nein! Sack! Ha! 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 Ja! Ich fahr jetzt mit dem Fahrrad nach Hause! Ha! Scheiße! Nee! Mann, 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 Mann! Ja! Miuut! Jetzt fress ich dich auf! Gibt's ja nicht, ey! Doch! Hast du gerade gesehen! Das haben wir sogar auf Band! Der Schweiß tropft mir von der Filmen, ey! Okay, jetzt werde ich versuchen, ein bisschen mehr auf die Schnelle dich fertig zu machen! Na, ich nehme jetzt hier, ne, ein Frauenzimmer! Ach, komm! Die gute alte Shang-Li! Shang-Li! Die ist Hackfleisch! Hackfleisch! Denn ich bin... Ich bin... Louis-Kang! 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 Naja, ich werde es dem Bruce Lee-Klon einfach mal reinzahlen, ne? Und jetzt mach mal rein! Woh! Das ist ja schneller, als ich dachte! Huyuyuyuyuyuyuyuy! Kennst du den hier? Oh, verdammt! Woh, 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 woh! Nee! Das ist der Magen-Crusher! Woh! 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 Wo-wo-wo-wo-wo. Wie geht denn dem... Ja, dieser, dieser Schuss von der? Äh... Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo! Oh Scheiße, Scheiße. Ich wollte doch mal eine Trittkombination machen. Erstmal brennst Du. Du Ente. Und die Leute auf den Straßen feiern eine Party. Aua! Wie geht denn das? Äh, ich weiß es nicht Ist alles Geheimsache Fresse Nein, nein, nein Warum musst du das immer schaffen, ey Oh, verdammt Scheiße, mein super Kombo Hast du wieder versagt Hallo, es klappt nicht immer Nein, 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 nein Nein, 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 nein Komm her Oh, du bist doch tot, Alter Du bist tot, ich sehe kein großes Zeichen Guck mal, das kleine Kind Jetzt kommt das Kind Schlag das Kind kaputt Niemals Ja, ja, ja Alter Schwede So, jetzt reicht's Jetzt reicht's Scheiße Ich fange Feuer Oh, nein Nein, ich werde es befreuen Ja Ich auch ab, ich auch ab, ich auch ab Nein, nein, nein Komm her, steh auf Steh auf Nein Fast hätte ich dich gehabt Fast Guck mal, das alte Epa Ist für mich Das ist klatsch für mich, das geile Epa Ja Ach, zu langsam So Leute, ne So sieht das aus hier, ne Wer ist denn hier der Bessere Ja, ich muss mich erstmal wieder sammeln hier Konzentriere dich Ja, ja, ich konzentriere mich aufs Gewehr Und schieße auf Aiden Ich hatte einen hier nicht Nein, nicht den Den Oh nein, nicht den Nicht den General Den Generalmeister Ey Oh Oh, die Trainingstage Gut, da kannst du nicht abgelenkt sein von anderen Kindern Jetzt sind wir in der Matrix Daneben Oh, verdammt Ja, ich kann mit dem Ich kann mit dem gar nichts Ja All zu schnell Aua Geht das über dem? Ja, das geht bei dem auch, glaube ich, oder? Oh Äh Ich kann gar nichts mit dem hier, oder? Oh, verdammt Oh Wow Wow Aber ich muss sagen, das war Glück Ich wollte eigentlich sich einfach nur treten Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier tue mit dem Ich hau einfach auf die Knöpfe Das war immer bisher die beste Taktik Oh Wow 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 Yeah Wie kann der Super machen hier? Dieser Papagall Mist Komm her Komm in meine Arme Oh Mann Oh, Alter Jetzt hab ich dich auch erwischt hier Oh 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 Nee Ach, war ich der kleine Mann Eine sichere Trittkombination Von, äh Seinem Lehrmeister Da gab es Egal Egal Komm, ich mach dich so fertig Ja Okay Nix kann Ja Oh Der kommt einfach nicht Nimm das Oh Nein, 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 nein Das war doch nicht abgesprochen so Zu wenig Kohle Ja Ja, Leute Also ich würde sagen Ich muss mich jetzt erstmal von dieser Schmach erholen Erhole ich mal, genau Ja Also der Bier hat mich dieses Mal ganz schön fertig gemacht Und ich muss mal kurz daran schlucken jetzt Wie ich das jetzt verarbeite, weiß ich auch nicht Genau So, dann lassen wir den mal ein bisschen zur Ruhe kommen Und wir sehen uns dann später Bis dann Tschüss Bis dann